Die Konsequenzen, man war bis dato nicht in dem Erfolg, den man sich gewünscht hat. Für mich soll das Unternehmen auch leben, weiter existieren können ohne mich. Homeoffice, keiner wusste mehr so richtig, wo er steht, wohin er will. Ähnliche Herausforderungen, ähnliche Probleme. Man hat gesehen, das sind echte Unternehmer. Das geht auch um das Mindset. Dass ich mich selber zuerst mal lieben muss und dass ich für mein Glück selbstverantwortlich bin und dass ich nicht in Fremden dahinter leben darf. Die Persönlichkeit, die Entwicklung dahinter. Es wurde und es ist Teil meines Lebens. Und zu wissen, dass ich eben nicht alleine bin als Unternehmer, sondern dass es ganz viele gibt, denen es ähnlich geht wie hier. Bis zum nächsten Mal.